Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dungeons. So, heute werden wir jetzt mal gucken, ob unser Plan Früchte trägt. Das heißt, dass wir jetzt keine Fallen haben. Wir haben aber zwei Gegner, die sich gegenseitig bekämpfen. Und die kriegen es nicht schon mal mit. Okay. Jetzt ist die Frage, wenn sie sich jetzt bekämpfen, gehen die auch gegen uns? Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Zahltag. Okay, die stellen sich auch wieder hin. Oh, ist das super. Wir haben eine ultimative Verteidigung somit. Weil wir müssen jetzt hier keine Verteidigung aufbauen. So, und selbst wenn, wir können jetzt erstmal gucken, dass wir jetzt hier bei den Forschungen und alles richtig glänzen. Heißt, wir machen euch mal... Na, du bist gerade am Quietsche-Bad machen. Und dich machen wir auch mal. Oh. Stimmt, ich habe ja gar keine Bevölkerungspunkte mehr. Ähm, warum rennt ihr jetzt eigentlich hier unten rum? Ach, hier unten irgendwo was kennzeichnet? Ach ja, stimmt. Die... Hm, das war jetzt nicht so gut. Das war jetzt eher schon ein bisschen idiotisch. Quasi. Ah, gut, wir können ja bis hier hinten schon mal durchgehen. Und wir können jetzt eigentlich auch mal so ein bisschen die Räume verbessern. Schon mal. Goldstecken. Manasdecken. Manasdecken. Okay, macht euer Laboratorium noch effizienter dank Spitzernadeln. Haben wir auch. Machen wir erstmal die Effizienzsachen. Ähm, hier wollten wir ja sowieso den Friedhof erweitern. So, heben wir das einmal alles auf. Das schmeißen wir mal kurz hier rein. In die kleine Goldkammer. Machen jetzt hier auf. Genauso wie hier. Und ich merke, ich brauche eigentlich gar nicht mehr so viele Vergessene. Weil einige sind hier wirklich gerade tatenlos dabei. Das heißt, ich nehme mir mal drei Stück. Und schmeiße sie weg. Nein. 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 Und weg. Gut. Dann nennen wir uns hier den Friedhof. Und machen den schon mal soweit fertig. So, ist ein ziemlich schön großer Friedhof geworden. Hier können wir wieder Zug buddeln lassen. Dann. Hier ist alles soweit erforscht. Äh, hier noch nicht. Ah, okay. Das ist auch mit drin. Der Rest habe ich momentan nicht so viel Gold übrig. Können wir aber wenigstens jetzt dich und dich. Nein, der sind in den Dungeon eingedrungen. Schon mal mutieren lassen. Ja, viel Spaß, ne? Mit euch. Also, für euch. Gut. Wir brauchen immer noch Gold. Äh, ihr seid da oben zu viert und arbeitet ab. Das ist in Ordnung. Buddeln wir hier nochmal ein bisschen weiter rein. Muss halt vorsichtig sein, wenn ich jetzt halt hier zu viel anbuddel. Nicht, dass ich hier noch irgendjemanden aufschrecke oder so. So, buddeln wir hier auch nochmal lang. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Joa, ihr werdet jetzt euch gut finden. Es kommt hier aber recht viel. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Muss zusehen, dass ich jetzt hier auch nochmal einen Hirnfresser, denke ich mal, nehme. Nein, ich nehme noch einen Geist. Geist wäre doch, denke ich mal, besser. So, und hier müssen wir ja auch noch weiter forschen. Machen wir mal das Gold-Stacken. Und die verbesserten Tongefäße stacken. So. Ähm, wo kommen die denn jetzt her? Egal. Sollen die sich hier gegenseitig umknübbeln? Ist doch nett. Also sprich, die Peilen den Schärfer bringen denen gerade gar nichts. Ach, die gehen sogar da unten runter. Ach, das ist aber sehr nett. Ja, wie gesagt, knüppelt euch mal, ne? Stört mich gerade nicht im Geringsten. Ah, den kann ich auch nehmen. Hehehe. So, den schmeiße ich mir kurz in den Thronsaal. Das sieht ja auch aus, als hätten wir hier noch mehr Gold zur Verfügung. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Ah, lass sie doch. Momentan stören die nicht. So, machen wir hier auch nochmal Grabigabi. Um halt mehr Gold zu generieren. Zahltag. Eigentlich müsste ich ja meine Falle hier hin bauen. Wenn ich's mir recht überlege. So, nochmal zwei. Nochmal zwei. Nochmal zwei. Dann. Nochmal zwei, damit's halt auch so halb hinkommt. Ah, hier ist noch so eine Goldader. So eine große. Okay, dann geht das noch nicht. Muss uns nochmal weg. Müsste ich hier so durch. Und da rauskommen. Na, die bekämpfen sich ja immer noch weiter. Sehr schön. So, dann darf der hier wieder zu. Hier machen wir natürlich eine Goldparty draus. So. So, dieses Gold aus den Wänden hole ich mir hier auch nochmal ab. Das muss ja auch gleich wieder zugegraben werden. Ah, ich sehe gerade, ich hätte eher das hier angraben müssen. Weißt du, ich mache hier wieder zu. Hat niemand gesehen, dass es aufgegraben hat. Und dann probieren wir es jetzt mal. Ich nehme jetzt einfach mal alle mit. In der Hoffnung, den Trupp wirklich aufhalten zu können. So, kommt mal alle raus. Weil in 10 Sekunden ist es soweit. Und wieder machten sich Arbeiter auf den Weg zu einem Außenposten. Das verwerbende Böse würde sie diesmal sicher aufhalten. Okay, hier ist mir zu viel los. Dafür sind wir noch nicht stark genug. Wir drehen wieder um. Oder obwohl, wartet. Wir machen das mal schlauer. So. Wir teleportieren sie einfach wieder in den Thronsaal. Weil danach kommen die nächsten Arbeiter schon. Heißt, ich muss jetzt hier natürlich wieder zumachen. Auch hier muss wieder richtig zugemacht werden erstmal. Gut, und hier in den... Nein, ich will kein Throngefäß. Ich möchte diese Faust haben. Das hier haben. Und hab schon wieder keine Throngefäße mehr. Schon wieder hat ein Arbeiter-Trupp einen Außenposten errichtet. Das dürfte die Pläne des verderbenden Bösen ein ganzes Stück zurückwerfen. Ja, ein bisschen. Gebe ich ja zu. Hier haben wir den Wachposten. Das Gold haben wir jetzt eigentlich auch soweit gut drinnen. Dann müssen wir mal gucken, ob wir die dann hier nicht auch locken können, indem ich hier einfach den General hinbeschwöre. Das wäre vielleicht auch noch mal eine Massen. Also, das hier ist mal eine Eisregion, oder? Könnte sein, dass ich anfange zu weinen. Okay. Oh. Ja. Da kommt einiges gerade auf mich zu. Das heißt, ich muss den General jetzt schon benutzen. Oha. Weil die Helden sind noch nicht mal ansatzweise soweit. Oh oh. Ah, ich sollte hier mit den Fallen mal wirklich ein bisschen Gas geben. Weil ich kriege hier immer mehr Probleme. Das kostet sechs Tongefäße. Wir haben gerade mal zehn. Oh oh. So. Geht ihr hier rein? Nee. Jetzt rufen sie hier alle nochmal Hilfe. Okay, die Benjis machen sogar Flächenschaden. Das ist cool. Sogar sehr cool. So. Dann hier mal die Grabbelhände hin. Oh. Ah, hier wird schon gefightet. Sehr schön. Ja, aber die Horde hält nicht mehr viel aus. Die Allianz macht ganz schön gut was weg. So. Jetzt macht ihr aber mal hin. Weil wir brauchen so langsam aber sicher die Leute dafür. Zahltag. Zwei kriegen wir jetzt mal kein Geld. Wir machen aus euch erstmal was Besseres. So. Okay. Soweit so gut. Und ich weiß auch noch nicht, wo der Weg hier hingeht. Und in fünf Minuten geht's halt weiter. Da kommen dann noch mehr Helden. Aber gut. Sie nehmen uns halt viel Arbeit ab. Das ist halt von Vorteil. Na, die halten auch sehr viel aus hier, die Juggernauts. Dass das Timing passt noch nicht so ganz. Heißt, wir müssen halt hier ein bisschen Gas geben. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Ah, das war jetzt von oben. Von oben ist uns noch egal. Wir nehmen jetzt hier die besseren Fäuste mal. Und da kommt der nächste Angriff. Also, wir haben ja echt schon ganz schön viel dabei, ne? Ja, Wahnsinn. Und warum macht ihr hier eigentlich nichts? Oh. Ihr seid nur am Baden. Konnte ich hier nicht auch irgendwas für die, äh, Raumverbesserung tun, dass ihr weniger baden müsst? Ja, konnte ich. Gold haben wir ja immer noch genug. Deswegen werde ich jetzt den Raum hier einfach noch mal ein Stück vergrößern. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. So, euch habe ich ja schon soweit alle. Bis auf euch beide. So, zack und zack. Und dann macht ihr mir mal... Ja, was macht ihr mir denn mal böser? Ihr macht euch selbst mal ein bisschen böser. Und den Kopfschuss einmal erforschen. So, und hier... Das Alchemielabor einmal vergrößern. Und den nächsten da hinstellen. Jetzt haben wir da fünf stehen. Also, wir wollen mal hoffen, dass das jetzt auch bald mal endlich mal... zu einer Produktion von Tongefäßen kommt. Und ansonsten... Wird das echt ein Problem. Oh, die haben auch schon gar kein Mana mehr. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Irgendwann merkt, selbst die Horde kriegt langsam übelste Probleme, gegen die Gegner vorzugehen. Wenn wir jetzt nicht bald mit den Fallen wirklich durchstarten... Dann... Dann... Problem. So. Hier noch die Hand. Und... Hier noch die Hand. Dann müssten wir hier natürlich auch wieder... Quasi überall... Ne, halt, das ist ja verkehrt. Das müsste hier, hier, hier und hier sein. Wo angegraben werden muss. Für die Büchsen. So, können wir hier schon mal... wenigstens ein bisschen anfangen. Okay. Die kloppen sich immer noch wunderbar. Es läuft. Also noch halten die ein Stückchen durch. Aber auch nicht mehr allzu lange. Und die hier oben sind ja schon fast tot. Heißt, wir müssen bald gegen die Oberfläche vorgehen. Ob wir wollen oder nicht. So, ihr seid soweit fertig. Ja, du lümmelst herum. Warum lümmelst du herum? Habe ich dir nicht erlaubt... ...herum zu lümmeln? Ja, jetzt kommt das Mana hoffentlich langsam mal wieder rein. Gut. Können wir ja sonst notfalls diesen Raum auch noch nehmen... ...und dann noch was hinsetzen. Na ja, mal gucken. Erstmal weiter die Fallen aufstellen. Erstmal natürlich das Eis hinsetzen. Also die Pfeiser. Dann die Pestfallen noch. Und zum Schluss... ...die Büchsen. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Oh, die kriegen auch immer wieder... ...neuhaltige Ware? Oder so wollen die mich jetzt angreifen? Nee, 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 nee. Ihr seid zu schnell, zu früh. Wartet mal noch ein Stück. Weil sonst klappt mein Plan doch nicht mehr. Äh... ...es ist zahlt hart. Das klappt nicht mehr. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Na, okay. Ja, okay. Die werden gleich instant alle weggemorzt. Okay, vor was hatte ich denn jetzt Angst? Hey, ein weiteres Mal schlopfen Arbeiter los, um einen Außenposten aufzubauen. Ob beim Verderben den Bösen wohl noch jemand wach war, um zumindest diesen Trupp aufzuhalten? Hm, man weiß es nicht. Okay. Da oben ist jetzt gleich niemand mehr. Das heißt, ich muss jetzt wieder eine Umleitung bauen. Am besten so. Na, jetzt kommt hier aber permanent noch ein... ...bisschen was an. Das ist natürlich nicht so toll. Aber die kriegen auch gut auf Schnute von den Händchen. Sehr schön. Muss auch unbedingt bald, denke ich mal, die Eisbombe erforschen. So, wenn ich das denn hier offen habe, dann macht mir mal bitte hier zu. Weil, dann müsst ihr nämlich diesen Weg hier nehmen. Und wenn die tot sind, dann dürft ihr euch um die kümmern. Hm, das gefällt mir jetzt gerade gar nicht, was du da machst. Ein weiteres Mal errichtete ein Arbeiter-Trupp einen Außenposten. Es schien, als wäre das Verderbende Böse zur Eissäule erspart. Nee, nee, nee. Eissäule nicht. Ich werde jetzt hier erstmal weiter meine Leute pushen. So, das brauchen wir auch nochmal. Hier haben wir es soweit durch. Dann nehme ich das noch. Ach so, da wird was für den Todesschützen. Ach so, nee, das ist eine Evolutionskammer. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ja, also das hat dir ja jetzt sehr wenig gebracht, wie man sieht. So, machen wir hier nochmal weiter. Friedhof muss natürlich beschleunigt werden. Wachstube nicht wirklich. Verbundelt ein Miniskelett unter der Erde, das aus dem Boden steigt, wenn ein Gegner sich nähert und ihm zeitweise auffällt. Belebt außerdem beim Auslösen gefallene Gegner in der Nähe als Skelette wieder. Cool. So. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Gar keine Chance. Okay, der kommt gerade durch. Das ist gut. Na, komm schon. Das ist doch jetzt nur noch einer. Ihr müsst das halt von unten machen. Lauft durch, läuft durch. Jawohl. Und jetzt grab den Eingang auf. Okay, das sieht sehr merkwürdig aus. So. Wunderbar, der wird jetzt zugebuddelt. Es sind Feinde in eurem Dungeon. So, und du bekommst natürlich das große, böse Skelett jetzt hier. Und da ihr hier direkt in die Fallen lauft, ein kleines Problem. Oder auch nicht. Weil ich ihn ein bisschen zu früh beschworen habe. Naja, gut. Kann ja mal vorkommen. So. Pforte des Terrors. Das hat einen sehr furchteinflößenden Türknauf. Er leidet die Tür schaden, versetzt die Gegner kurzzeitig in Angst und Schrecken, sodass sie diese praktisch fliehen. Das ist auch sehr schön. Eisengitter quietsch schön. Eine verbesserte Tür darf kein, davon kein Horrorfilm fehlen. Ja, stimmt schon. So, wie sieht es jetzt hier aus? Ja, ihr kommt jetzt geradewegs richtig einmal durch hier. So. Dann machen wir hier mal so eine Tiki-Statue. Oder Auferstehungsfalle. Hier hinten machen wir mal zwei Büchsen hin. Und hier mache ich nochmal so eine Auferstehungsfalle. Denn hier, hier, hier Eis. Und hier überall den Rest mit Gift ausfüllen. So. Ihr bekämpft euch ja jetzt wieder wunderschön gegeneinander. Oder ihr lasst euch ja einfach abknallen. Ah, sehr schön. Da kommen wieder Gegner. Könnt ihr euch wieder hier ein bisschen schön metzeln. Weil gegen die Horde habe ich jetzt nicht so ein Problem. Die Helden sind eigentlich eher so das Problem. Dadurch, dass jetzt die Fallen hier halt relativ gut aufgebaut sind. Es ist Zahltag. Geht das sogar ganz gut durch. So, habe ich jetzt irgendeinen noch nicht wirklich aufgewertet. Ja, hier zwei Skelette noch nicht. Bevor der Zahltag jetzt hier Opfer nimmt. 250 Mana kostet das. Aber, hm. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Wer jetzt aber überlegt, was ich jetzt hier noch hinzunehme. Ob ich jetzt nur noch einen normalen Zombie-Fresser nehme. Oder mir noch ein Skelett dazu wünsche. Da kommen jetzt die Orks. Hier haben wir richtig viel Chance. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Die sind ja schon an den Helden fast gestorben. Okay. Nimm uns halt sehr viel ab. So, wie sieht jetzt die Tür aus? Ist die schon fertig? Nein. Noch nicht genug Tongefäße. Vor allen Dingen. Also diese lieben, lieben netten Tongefäße. Hm. Okay. In unserer Ruhe kann man auch bald nicht mehr so viel Platz. So. Machen wir hier jetzt erstmal den Friedhof vollenden. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Und dann mache ich hier mal noch eine etwas größere Ruhestätte noch mit zu. Ich denke mal, besser wäre es. Oh, falsch. So rum. Und wir nehmen mal gleich zwei Einzels noch weg. Zehn Stück. Dürfen die reichen. Ich hoffe doch. Weil der hier hat zum Beispiel meistens nichts zu tun. Genauso wie der jetzt hier. Der hat auch nichts mehr zu tun. Da haben wir nämlich wieder zwei weitere Plätze für mehr Armee. Oh. So. So. Nehmen wir einmal kurz hier den General wieder. Weil hier ist jetzt gerade doch ein bisschen viel. Und hier ist natürlich alles schon Game Over. Ups. Okay, selbst mit der großen Sanz. Ist das jetzt schon heftig. Heißt, wir müssen unbedingt gucken, dass wir demnächst das hinkriegen. Und an der Oberwelt mal wieder ein paar Arbeitslager kaputt machen. Jetzt müssen wir nur noch diesen Angriff hier durchstehen. Boah, das mit dem Gift ist gar nicht mal so schlecht. Wieder machten sich ein paar Arbeiter auf den Weg einen Außenposten auszubauen. Na ja, das muss ich jetzt langsam aber sicher verhindern. So. Machen wir hier mal Klingeling. Damit das hier mal ein bisschen vorankommt. So. Okay, jetzt versuchen die natürlich durchzulaufen. Ah, das schaffen sie nicht. So, macht mal noch den kleinen Putsi da kaputt. Da kommen ja schon wieder die nächsten. Und da kommen noch mehr. Also es wird hier langsam recht viel, was auf mich zukommt. So, wir nehmen uns noch eine Banshee dazu. Und gleich aufgemöbelt. Und da wir noch einen Platz frei haben, nehmen wir uns noch ein Skelett dazu. Das darf dann auch als Skelett weiter bleiben. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Habt ihr wieder einen? Die Bruderschaft hatte es tatsächlich vermocht, einen Außenposten zu errichten. Das versagende Böse schämte sich ein wenig. Zumindest hätte ihm das gut zu Gesicht gestanden. Okay. So, wir haben ja jetzt gleich wieder den bösen, bösen General. Und sind jetzt eigentlich auch bei maximaler Versorgung. Gut, bevor ich jetzt den Zauber hier jetzt auslöse, das wird mir jetzt sowieso nicht viel bringen. Wird erstmal gespeichert. Natürlich. Gut. Was machen wir denn da am besten? Auf jeden Fall müssen wir auch deutlich mehr forschen. Gut, dass ich hier oben schon angefangen hatte. Die Ruhe kann man zu errichten. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Okay, jetzt wird es viel langsam. Also, die Helden kommen jetzt hier richtig krass reingepusht. Erlaubt mir das Eis zu brechen. Bruderschaft, verderben des Böses. Verderben des Böses, die Bruderschaft. Jetzt tötet einander. Gut, wir machen es mal anders. Ich lasse mal hier den Sammelpunkt hinrufen. Das heißt... Oh. Da kommen ja sogar noch... ...ein paar Kobolde. Egal. Wir gehen einfach jetzt mit dazwischen. Die haben ja denselben Weg zu laufen. So, da kommen sie jetzt alle. So, von hinten, von vorne. Wunderbar. Und weiter geht's. Da kommen jetzt die nächsten. Armee gegen Armee. Sehr schön. Benchis machen's. Wunderbar. So, jetzt haben wir auch gleich die Horde. So. Den will ich aber jetzt mal nicht nehmen, sondern wir nehmen jetzt mal den Standardweg. Und wir nehmen jetzt natürlich alle Truppen mit. So. Jetzt haben wir sie ja auch alle aufgewertet. Jetzt dürften wir nicht mehr so viele Probleme haben. Und jetzt machen wir wirklich die Untotenstrategie. Angreifen, bis alles, was tot ist, unten ist. Oh. Einige gehen sogar wieder zurück. Na, egal. So. So. Knallt sie alle ab. Sehr schön. Da kommen sie schon. Gleich aufhalten. Also mit den Scharfschützen. Nicht schlecht. So. Da kommen gleich die Nächsten. Gleich weiter gehen gehen. Dann holen wir uns hier unten mal das Büchelein. Als die Truppen des verderbenden Bösen die Erhebung in der Mitte der Ebenen von Elsa erreichten, blickten sie überrascht auf ein Lager der Horde hinab. Was hatte diese hier zu suchen? Es schien nicht, als hätten sie sich wirklich häuslich eingerechnet. Eher, als seien sie auf der Durchreise. Wohin waren sie wohl unterwegs? Egal. Das brudermordende Böse würde sich dieser Konkurrenz entledigen. Sie sind auf dem Weg zum Ritualberg. Auch du musst dich auf den Weg dorthin machen. Das Ritual. Ich sagte egal. Wir können das später klären. Jetzt geht es hier erst einmal um Chaos und Blutvergießen. Blutvergießen ist meine Spezialität. Das ist die richtige Einstellung. Ihr seid keine große Hilfe. So. Gleich weiter gehen. Und Tote beschwören. Gut. Und noch ein Stück weiter. Weil wir müssen jetzt hier langsam mal die Wellen so ein bisschen runter reduzieren. Die Einheiten des verderbenden Bösen rollten über den Außenposten der Bruderschaft hinweg wie ein mächtiger Gletscher. Nur um ein Vielfaches schneller. Okay. Gut. Und hier machen wir jetzt auch nochmal alles weg. So war das. Ich schwöre schon mal da deine Skelette hin. Die Schützen sind wirklich krass OP. Die untoten Massen des verderbenden Bösen löschten einen weiteren Außenposten der Bruderschaft aus. Das ging so schnell, dass mir nicht einmal ein Eis-Wortspiel dafür eingefallen ist. Okay. So, dann holen wir mal uns den General hier ran. Jetzt ab. Der kann uns nämlich den Tower ein bisschen tanken. Noch ein Trupp von Arbeitern marschierte los, um einen Außenposten hochzuziehen. So langsam wird das hier zur reinen Arbeiterbewegung. Ja, so langsam wirklich. Wir wollen jetzt auch von hier unten aus angegriffen. Gehen wir gleich weiter. Und der will jetzt von da kommen oder will er jetzt hier aufbauen? Das verstehe ich halt noch nicht so ganz. Nee, nee, halt. Ihr wart doch schon fast richtig. So. Einfach weiterschießen. Ein bisschen was beschwören. Und das Arbeitslager vernichtet. Die Truppen des kaltblütigen Bösen zerstörten einen Außenposten der Bruderschaft. Cool. Na, 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 na. Jetzt kommen da auf die Bären mit Mist. Gut. Machen wir mal so. Und so noch. Das kochtelschlürfende Böse hatte eine weitere Arbeitergruppe, die Eis zerstoßen. Prost! Gut, dann haben wir das schon mal hinter uns. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier aber erstmal einen kleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann!